Anmachholz spalten. So oder so. Westfalia einfach machen. Herzlich willkommen wieder in der Werkzeugstraße. Heute habe ich euch unseren X-Split mitgebracht. Der X-Split ermöglicht einfach, schnelles und vor allen Dingen sicheres Spalten von Anmachholz. Wir haben ihn zwei Ausführungen hergestellt und zwar einmal mit einer Sechskantaufnahme für normale Schnellspannen oder Bohrfutter und einmal mit einer SDS Plus Aufnahme. Ganz aus Stahl gefertigt, hier mit einer Spirale. Es bohrt sich in das Holz rein. Wie das funktioniert, wie man da Anmachholz mitmacht, das zeige ich euch jetzt im Video. Einfach den X-Split in das Bohrfutter einsetzen und los geht's. So einfach und sicher ist schnell eine Menge Anmachholz hergestellt. Alles für Werkstatt, Haus, Hof und Garten. Bequem und schnell nach Hause geliefert. Nur auf westfalia.de. Einfach machen. Machen. Jña Jña Jña, Liga 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 Liga.